Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbige kennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösung enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mattebuch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. In der letzten Aufgabe, im Rahmen der Rekonstruktion, möchte ich mal auf einen Sonderfall eingehen. Wir suchen jetzt an dieser Stelle keine ganz rationale Funktion, also die klassischen Polynome, sondern wir suchen mal eine gebrochenrationale Funktion. In dem Wort gebrochen steckt schon automatisch drin, dass wir eine Funktion suchen, f von x, die einen Hochstrich hat. Welche Eigenschaften soll diese Funktion noch haben? Es soll bei minus 1 und bei 3 eine Nullstelle vorhanden sein und bei minus 2 und 4 eine Polstelle, wobei bei minus 2 eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel vorhanden ist, während bei der 4 eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel vorhanden sein soll. Schauen wir uns das doch gleich mal in dem Koordinatensystem an, wie so eine Funktion aussehen könnte. Wir sehen hier ein Koordinatensystem mit der x-Achse und der y-Achse. Bei minus 1 und plus 3 sollen ja Nullstellen sein, also an diesen Stellen wird die x-Achse geschnitten. Bei minus 2 und bei plus 4 sollen Polstellen sein. Und Polstellen sind ja nichts anderes als solche senkrecht gestrichene Linien, wo die Funktion ja entsprechend gegen plus-unendlich oder minus-unendlich weggeht, wenn sie sich der Polstelle nähert. So, jetzt müssen wir die Funktion zeichnen und dabei entsprechend beachten, welche Informationen wir jetzt noch nicht verarbeitet haben. Nämlich bei minus 2 soll eine Polstelle sein ohne Vorzeichenwechsel und bei 4 eine mit Vorzeichenwechsel. Wie ist das gemeint? Ich habe dazu die Funktion schon mal eingezeichnet, also hier das Blaue, was jetzt gerade erschienen ist. Und jetzt schauen wir nochmal genau bei der minus 2 diese Polstelle. Das soll eine Polstelle sein ohne Vorzeichenwechsel. Warum ohne Vorzeichenwechsel? Wenn wir uns dieser Polstelle von rechts nähern, dann geht die Funktion nach minus-unendlich und genauso ist es auch, wenn wir uns von links nähern. In beiden Fällen geht die Funktion Richtung minus-unendlich. Die Vorzeichen sind also identisch. In beiden Fällen minus. Schauen wir uns die Polstelle bei 4 an, die ja eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel ist. Da sehen wir die Polstelle 4. Wenn wir uns der Polstelle 4 von links nähern, dann geht das Ganze gegen minus-unendlich. Nähern wir uns von rechts, dann geht das Ganze gegen plus-unendlich. Wie wir sehen, minus-unendlich, plus-unendlich, das ist also eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel. Nochmal genau sich diese beiden Polstellen mal anschauen und auch nochmal sich selber klar machen, warum das hier eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel ist und das hier eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel. So, jetzt sind wir soweit, dass wir die ganzen Informationen, die wir hier entsprechend über die Funktion haben, in einem Bild haben einfließen lassen. Da die Nullstellen, da die entsprechenden Polstellen, mit Vorzeichenwechsel, ohne Vorzeichenwechsel. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir aus den Informationen, die wir hier haben, die Funktionen aufstellen. Beginnen wir doch zunächst mit den Informationen, dass Nullstellen bei minus 1 und bei 3 sind. Diese Informationen geben ganz klar an, wie der Zähler aussieht. Also Nullstellen bei gebrochen rationalen Funktionen in dem Zähler entsprechend verarbeiten. Jetzt müssen wir die Vorzeichen von den Dingern, die hier stehen, rumdrehen. Ich gebe als Stichwort mal Linearfaktor. Vielleicht sagt dem einen oder anderen das, was an dieser Stelle... Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Entscheidend ist, dass wir das Vorzeichen von der minus 1 rumdrehen müssen zu plus 1, davor ein x und das Ganze in Klammern. Das ist der Linearfaktor, der zu minus 1 passt. Vorzeichen rumdrehen, das Ganze in eine Klammer schreiben und so ein x in die Klammer noch mit rein. Der Linearfaktor zur 3 lautet mal Klammer auf x, Vorzeichen rumdrehen, deswegen minus 3 und schon haben wir den Zähler fertig. Genauso wie der Zähler von den Nullstellen geprägt wird, wird der Nenner von den Polstellen geprägt. Also gleiches Spiel, Polstelle bei minus 2, der passende Linearfaktor, x plus 2 und das Ganze in Klammern. Mal Polstelle bei 4, Vorzeichen wieder rumdrehen, um auf den Linearfaktor zu kommen, x minus 4, Klammer zu. So, wir sehen, die Nullstellen definieren die Form des Zählers, die Polstellen definieren die Form des Nenners. Jetzt haben wir eine Information noch nicht verarbeitet, nämlich, ob das eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel oder mit Vorzeichenwechsel ist. Und da ist es so, dass Polstellen ohne Vorzeichenwechsel, also in dem Fall die minus 2, immer mit einem geraden Exponenten vorhanden sein müssen. Das heißt, wir müssen an diesem Linearfaktor noch eine hoch 2 entsprechend vermerken. Nochmal, handelt es sich um eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel, dann ist in dem Funktionsterm an dem Linearfaktor ein gerader Exponent, hoch 2, hoch 4. Ist es eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel, dann ist in der Funktion an dem Linearfaktor ein ungerader Exponent dran, in unserem Fall hoch 1. So, und den Funktionsterm, den wir jetzt hier sehen, wo wir praktisch im Zähler auch sofort die Nullstellen ablesen können, im Nenner sofort die Polstellen ablesen können und sogar auch die Information mit rausnehmen können, ob das mit Vorzeichenwechsel, ohne Vorzeichenwechsel ist, lässt man in dieser Form natürlich nicht stehen, sondern man multipliziert die Klammern entsprechend aus. Und die ganzen Zwischenschritte lasse ich hier an der Stelle mal weg. Aber die fertige Funktion möchte ich doch nochmal aufschreiben. f von x ist gleich. Dann kommt der Bruchstrich und wenn wir die beiden Klammern hier oben im Zähler ausmultiplizieren, erhalten wir x² minus 2x minus 3 und wenn wir hier unten zunächst den Binom entsprechend auflösen, dann das Ergebnis von dem Binom mit x-4, mit dieser Klammer entsprechend multiplizieren, erhalten wir x hoch 3 minus 12x minus 16. So, die einzelnen Zwischenschritte könnt ihr ja mal selber von da bis da durchführen. Die Kontrolle habt ihr ja. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapper-Welt. Hier auf YouTube gibt's ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt's meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mattebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen, dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt's eine thematisch passende Video-Empfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao.